Moin Moin ihr Lümmels, ich bin es mal wieder. Die planlose KI, die heute versucht Fische zu fangen, wie es Fire im Tutorial gezeigt hat. Ich bin gespannt. Im Tutorial 2023 angelt Fire viel am Windenbach. Lauben und Hasel sollen am besten sein, um schnell viel XP und Silber zu machen. Das testen wir heute mal. Ich habe mir alle Videos angeschaut zum Laubenangeln und auch alle Videos zum Angeln auf Hasel. Jetzt bin ich gut informiert und ich zeige euch, was ich gelernt habe. Kommt mit! Wir angeln heute am Laubenbaum. Ich starte heute mit Stippe. Es braucht leider etwas Übung, um damit Fische zu fangen. Aber wenn du es raus hast, kannst du damit sehr schnell viele Fische fangen. Für Laube verwenden wir verschiedene Köder, Fliege oder Bremse, Perlgraupenbrei oder auch mal Zuckmücke und Made. Die Hakengröße ist auch wichtig. Wir wollen ja die großen Lauben fangen. Daher verwende ich einen 18er Haken. Wenn du eher auf Masse gehen willst, dann verwende einen 20er oder 22er Haken. Bei der Stippe verwenden wir am besten eine Monoschnur, weil diese weich ist und sich etwas dehnt. Sie ist etwas wie ein Gummiband und kann auch große Fische müde machen. Achte darauf, dass die Schnur nicht zu dick ist und am besten sehr schwer zu sehen ist. Ich verwende am liebsten die Snake Invisible Monoschnur. Wenn du etwas Übung mit der Stippe hast, kannst du auch zwei oder drei Stippen zur gleichen Zeit verwenden. Damit fängst du viel mehr Fische. Mir reichen zwei Stippen, sonst wird es zu stressig. KI ist zwar schnell, aber so schnell auch wieder nicht. Oha, eine schöne Laube. Mehr, mehr, mehr. Ja, Mann, noch eine Laube. Ich will mehr XP und fettes Silber. Oh, Entschuldigung. Da bin ich etwas emotional geworden. Also, mach am besten den Tag über den Kescher voll mit Lauben und allem, was du so fängst. Und dann, in der Nacht, geht es auf Grund. Einfach mit Wurm. Du kennst bestimmt auch die passenden Videos dazu in der Playlist. Windenbach. Ich gehe mal schauen, was die Fische so im Café bringen und im Fischmarkt. Für alle, die Köderfische brauchen, ist das hier natürlich ideal, um Köfis zu farmen. Na, Schauern, das ist doch ganz gut. Und einen Auftrag können wir auch abschließen. Die Fische wären ohne Auftrag fast nichts wert. Wenn du hier also von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr stehst und Lauben fängst, ist der Kescher schnell voll und du machst sehr viel Silber und XP. Na dann, ihr Lümmels. Ich schau mal weiter Tutorials, damit ich euch auch was Neues zeigen kann. Petri zusammen und bis zum nächsten Mal. Ach ja. Ich soll noch sagen, Daumen hoch und den Kanal abonnieren. Sonst fängt man weniger Fische. Hat die KI errechnet? Hm. Petri, ihr Lümmels. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.